Einen wunderschönen guten Morgen meine Lieben, ich bin Irina und wir haben schon bald Wochenende und ich weiß, ihr freut sich, manche haben irgendwie Angst davon, vielleicht alleine zu sein, vielleicht, ja, weil du hast nicht alles erledigt, irgendwie etwas intuitiv, einer von euch spürt etwas. So, die Karte Nummer 1 und die Karte Nummer 2. Bitte wählt eine, aber ich ziehe noch die Engelbotschaft für euch meine Lieben, die Karte Nummer 1, die Karte Nummer 2 und dann haben wir. So, ich werde nicht lange warten, weil wenn du Zeit brauchst, drücke auf die Pause, die Karte Nummer 1. Meine Lieben, ihr habt gesehen, war vorher rausgesprungen, Mondkarte. Und hier sehen wir, dass irgendwie Verlust vom Geld, Mangel von Geld etwas, Entschuldigung meine Lieben, jemanden von euch, wer hat diese Karte gewählt, an etwas mangelt. Mangelt an Liebe, an Gefühle, an Geld, an Finanzen, an irgendwie zu kleiner Wohnung, etwas mangelt bei dir. Aufmerksamkeit vielleicht auch. Dir fehlt zum Beispiel die Aufmerksamkeit von anderen Menschen, dass jemand kommt und sagt, ich helfe dir, bleib stark und so weiter, dass jemand dich unterstützt. Heute, die Karte sagt, vielleicht jemand braucht deine Hilfe. Intuitiv wirst du das sehen. Unterstütze deinen Nächsten. Und wenn du Hilfe brauchst, bitte jemanden, dass jemand dir dabei hilft. Der Engel der Weisheit. Höre auf die Weisheit deiner Seele. Ist die Botschaft, die dir dein Engel mit auf den Weg gibt. Es ist eine Stimme, die aus deinem Inneren zu dir spricht. Weisheit zu sein, bedeutet liebevolle Werte bewusst zu leben. Mit Weisheit wirst du dein Leben aus einer neuen Perspektive betrachten. So kannst du deine eigene Philosophie entwickeln. Die befreiend wirkt und dir und zufriedenes Leben ermöglicht. Auf jeden Fall, meine Lieben, viel Glück heute. Die Karte Nummer zwei. Hier ist irgendwie, du spielst mit Gedanken. Soll ich das? Soll ich das? Vielleicht versuchst du, die Lage gerade zu halten. Vielleicht ein bisschen bewegt sich in deinem Leben. Vielleicht wechselst du. Wechseln Job, Partner, Freundeskreis. Vielleicht veränderst du dich gerade. Aber richtig, so wie es aussieht. Von dieser, deiner Veränderung, die du gerade machst, wenn du das wirklich machst, faszinierst du und begeisterst andere Menschen. Diese Karte zeigt uns, das sind zwei Münzen. Du spielst mit einer Situation, mit Gedanken, wohin du dich entscheiden musst. Eigentlich, die Karte sagt, entscheide dich immer mit dem Herz und verändere dich. Der Engel der Friedens. Dein Engel möge dir den Frieden schenken, den du brauchst, um mit dir im Reinen zu sein, damit deine Seele in Einklang kommen kann. Versuche, deine innere Mitte zu finden und alle schlechten Gefühle beiseite zu schieben. Dein Frieden im Herzen verwandelt alles in Liebe und führt zu spirituellem Wachstum. Das, was ich gerade gesagt habe, spirituelle Wachstum, arbeite an deine persönliche, an dir selbst. Fasziniere die anderen Menschen, aber stell dich in den Mittelpunkt. Nicht aus egoistischem Sicht, aber tu das für dich, nicht für jemanden. Meine Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, viel Glück, viel Spaß und ich bin ganz neugierig. Was macht ihr diese Wochenende? Schreibt mir in den Kommentaren. Alles Gute, alles Liebe. Tschüss Papa.